Hallo und seid mir ganz ganz herzlich willkommen zurück zu Seasons After Fall. Wie in der letzten Folge versprochen, treffen wir uns hier jetzt wieder am Heiligtum. Und da ist jetzt ja dieser eine Altar hochgefahren. Was mich ein bisschen wundernimmt, es sind ja insgesamt vier Altare. Und irgendwie haben wir aber bloß zwei Stellen, wo irgendwas hingeflogen ist. Genau, den einen Altar oder dieses eine Gebilde, dieses Puzzle, das haben wir ja jetzt auf der Insel gelöst. Hat auch noch ein bisschen gedauert, aber das hat es echt in sich, das Spiel für mich. Okay, und jetzt müssen wir noch das zweite holen. Das ist ja da, wo wir den Chirocco geholt haben, also quasi wieder beim Sommer. Da müssen wir hin, da ist, nachdem wir den Wind hatten, ist da was hingefallen. Beziehungsweise nachdem wir da die letzte Sorge oder Angst oder was immer es ist von der Knospe zerschlagen haben, haben wir ja gesehen, dass da was hingeflogen ist. Das wird wahrscheinlich auch wieder irgendeine Schnellreise sein, die uns irgendwo hinbringt, wo wir dann wieder so ein Puzzle machen können. Ich habe mal geguckt, wir sind jetzt momentan im Spiel bei 69 Prozent, also das Leiden hat auch irgendwann ein Ende. Wow, da geht ein scharfer Wind, ich mache wieder eine andere Jahreszeit. Ist doch angenehmer, finde ich. Man muss ja nicht unbedingt diesen... Ja, komm, so. Genau. Irgendwo haben wir dann ja auch eine Schnellreise in diesen Bergkipfel, beziehungsweise in diesen Baum, wo die Zikade Schrägstrich Borkäfer hängt. Bergkamm. Ja, da fehlt uns noch eins. Ein Punkt. Also ich weiß nicht, ob diese... Ah, philosophiere ich ja schon die letzten zwei Folgen drüber. Oh, da muss ich doch gar nicht hin. Genau, ich muss mich doch da bloß runterfallen lassen. Genau. Ähm. Da philosopiere ich ja schon die letzten zwei oder drei Folgen drüber, was denn diese weißen Blüten bedeuten, ob das Aufgaben sind, die wir erledigt haben oder noch erledigen müssen. Wahrscheinlich. Dann hätten wir hier aber noch was zu erledigen. Tja. Da wäre noch nicht alles, noch nicht alles erledigt. Egal, jetzt kümmern wir uns erstmal um das, was wir wissen. Dann haben wir zumindest mal zwei Altäre hochgehoben und die anderen werden sich schon irgendwie finden, weil insgesamt sind es halt einfach vier. Hier, da beißt die Maus kein Faden ab. Vier ist vier. Oh, ja, das war jetzt wieder doof. Das war jetzt wieder typisch Frauenhör. Ach, ja. Und dennoch, Leute, mir macht das Freude, mir macht das Spiel richtig Spaß. Ich kann es bloß immer wieder wiederholen. Ich finde es ganz super süß gemacht. Ach, ja. Äh, genau, runterfallen lassen. Fall bitte runter. Ja, genau. Und hier runter. Und jetzt müssten wir, glaube ich, schnell, demnächst an diesen Schnellreisepunkt kommen, der uns dann direkt zum Baum führt. Und ich hoffe, dass ich richtig denke. Das sind ja schon die Wege, sind ja im Laubwerk, da haben wir offensichtlich alles erledigt. Wenn das dann bedeutet, dass wir da was zu erledigen haben, ja. Ich habe gedacht, wir hätten irgendwo eine Schnellreise. Wir müssen nämlich, hallo, ihr da, so, jetzt verfolgen sie mich Gott sei Dank nicht mehr, da bin ich wirklich froh. Mein Gott, das war ein Rätsel. Hi, 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 hi. Genau. Also, ich glaube, dass wir zum Berglipfel müssen. Da ist dieses komische Ding hingeflogen. Und dann bin ich gespannt, was es uns entdeckt. Und dann gingen ja auch noch diese Bäume da hoch. Da haben wir noch eine ganze Menge zu erledigen hier. Guckt mal. Also, ja. Ich glaube nämlich mittlerweile nicht mehr, dass es der Schwierigkeitsgrad ist. Und da fliegen jetzt die Bäume. Ja, das ist schön. Das ist toll. Wirklich Bäume. Schön, dass ihr da fliegt. Dieser Baum hat das Frühlingszeichen. Habe ich gesehen. Dann hüpfen wir jetzt einfach mal drauf. Oh, komm. Das muss doch gehen, oder? Ich bin sicher, dass ich auf dich drauf hüpfen kann. Ja, also siehste. Ah. So. Da ist nämlich noch ein Zweiter. Ja. Du bist der Winter. Wehe, ich fall jetzt runter, während ich hier die Form wechsle. Und jetzt, wo trägst du mich hin? Ah, es geht nach oben. Hilfe. Jetzt haben wir den Herbst. Bewegen tut er sich jetzt nicht. Also gut, dann machen wir jetzt halt mal den Herbst. Ah, da fliegt er wieder ein Stück. Wunderbar. Wow, hoch geht's hinaus. Und dann können wir jetzt hier rüber hüpfen, oder? Ja, das sieht gut aus. Ah, schau mal einer an. Das geht hier immer weiter nach oben. Ist ja echt der Hammer. Ich hüpfe mal auf dir drauf. Du bist wieder der Frühling. Komm, ich kläffe dich mal an. Bewegst du dich dann auch? Ja, du bewegst dich auch. Wir fangen mal eins höher. Ist da jetzt irgendwo ein anderer noch? Nee. Äh. Muss ich da jetzt einfach runterhüpfen? Sieht mir so aus. Da ist wieder so ein Schneekugelteil. Gut, dann hüpfe ich hier mal runter. Da ist noch ein Baum. Hm. Aber da komme ich nicht hoch. Was bist denn du für eine Jahreszeit? Auch Frühling. Wenn ich dich angriff? Nee. Okay. Und da unten? Ich hüpfe einfach mal runter. Oh, okay. Müssen wir hier irgendwas kaputt schlagen? Blümchen. Blümchen. Juhu. Okay, also da komme ich nicht weiter. Hm. Gibt es irgendwo eine Tannenzapfen? Na gut. Wenn uns nichts Besseres einfällt, machen wir derweil einfach Blümchen. Ja, Füchslein. Ich weiß auch nicht. Da haben wir jedenfalls wieder eine Schneekanone. Gut, die nützt mir jetzt natürlich nichts. Oder vielleicht doch. Natürlich, klar. Komm her. Wir machen den Winter. Wir lassen uns hier jetzt so ein Ding hinspucken. Komm her. Dann kommen wir nämlich da wieder hoch. Komm her, spuck mal. Komm, auf geht's. So, und du spuckst es bis da rüber. Heißt das, dass ich hier von selber hochkomme? Wir versuchen es mal. Oder muss ich da wieder den Baum nehmen? Ach, das kann ich vergessen. Da komme ich nicht hin. Also muss ich den Baum nehmen. Ja. Gut, okay. Also hüpfen wir da rüber. Gut, das macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Das macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Das heißt, dann müssen wir hier wahrscheinlich einen Baum sprießen lassen. Ich weiß bloß nicht, in welcher Jahreszeit ist ein... Das war, glaube ich, im Frühling. Irgendwo muss ein Zapfen sein. Irgendwo müssen wir einen Zapfen finden. In welcher... Ah, da oben ist er. Da oben ist der Zapfen. Jetzt. Alles klar. Ähm. Wir bleiben mal beim Herbst. Gut, dann zerschlag uns hier... Ah, verflixt Zapfen. Ich bin da froh, dass ich die Sachen quasi schon gemacht habe. Da muss ich mich da nicht mehr drauf konzentrieren, was zu tun ist. Da reicht es mir, wenn ich erkenne... Äh... Genau. Da reicht es mir, wenn ich diese... Diese... Ja, diese Hinweise erkenne. So, jetzt machen wir das bitte kaputt. Wusch. Und nochmal. Komm nochmal. Ja. Okay. Das ist dann doch wesentlich einfacher. Lauf mal in meinen Zapfen. Ich finde immer noch, dass es aussieht wie eine Erdbeere. Ja, komm. Ich jag dich einfach. So. Okay. Dann gehst du da hoch. Ja, schön. Dann machen wir jetzt den Frühling. Ich glaube, im Frühling wächst du. Hier hoch. Dich kurz aktivieren. Genau. Ja. Also ist immer von Vorteil, wenn man was schon mal gemacht hat. Ehrlich. Ach nee, komm. Äh. Also gut, dann steig bitte nochmal hoch. Frühling. Äh. Muss ich dich da weiterjagen? Okay. Also du musst da hoch. Das ist schon mal völlig klar. Da oben ist nämlich die Stelle, wo mein... So. Ding hinspuckt. Ähm. Nee, Frühling brauche ich. So, ich hoffe, du bleibst jetzt. Wo bist du denn jetzt? Wo ist denn jetzt mein Tannenzapfen? Tannenzapfen? Tannenzapfen, wo bist du? Tannenzapfen, wo bist du? Okay, also hier geht es jetzt um Timing. Ganz offensichtlich. Wo ist mein Tannenzapfen hin? Hat er sich wieder auf den Baum verkrümelt? Timing ist alles. Meine große Spezialität. So, jetzt pass mal auf. Ah, da ist er. Bin ich dich jetzt an? Äh. Nee. Komm schon. Aua. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Yeah. So, du bist auch, genau, du bist auch geladen. Dann lassen wir jetzt einen Baum wachsen. Komm her, Baum wachsen. Komm, los, spuck dein Zeug. Spuck dein Zeug. Yeah. Hihi. Okay. Was ich noch mal ganz kurz gucken wollte ist, kommen wir denn da noch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Warte, ich steige hier noch mal ganz kurz auf den Baum. Ah. Hm. Komm, wieder rüber bauen. Das muss ich noch kurz testen. Ob wir jetzt da auf der Seite auch noch irgendwo hinkommen? Irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? Nee, da waren wir schon. Da waren wir schon. Genau, da, genau. Das war der Übergang. Mhm. Von einem Baum, Krone in die nächste. So. Okay. Ähm. Ich brauche den Baum, um rüber zu kommen. Hätte ich mal gerade drauf bleiben können. Das ist, ich finde es wirklich genial gemacht, ehrlich. So, komm, aufspringen, Füchslein. Wobei du ja eigentlich nicht mehr das Füchslein bist, sondern die Knospe. Ich hoffe, dass unser Füchslein wieder zum Leben erweckt wird, wenn wir diese ganzen Rätsel hier gelöst haben. Jetzt müsste ich hier eigentlich rüber kommen, oder? Ja. Okay. Gut, dann kläffe ich dich mal an. Und wo bringst du... Nein, das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Ach, Leute. Wie unklar, unfassbar lästig. Ich hoffe, dass ich da jetzt wieder draufkomme. Das ist doch nicht zu fassen. So, also bitte. Jetzt bring mich da zu diesem Baum. Dankeschön. Und du bringst mich zum Nächsten. Ja. Hol an. Lauf. Nee, komm. Also, ich glaub's nicht. Nee, wir bleiben beim Frühling. Genau, wir müssen ja den vielleicht wieder aktivieren. So, wo kommst du jetzt? Komm, bitte. Komm rüber. Komm schon. Los, los. Also, manchmal wünschte man sich, man könnte es ein bisschen mehr locken. So, jetzt geh ich hier rauf. Und wo bringst du mich jetzt hin? Ah, okay. Okay, da hat's wieder Blümchen. Komm, los. Blühen, jawohl. Alles klar. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Winter. Das ist, was wir jetzt vorfinden werden. Noch ein Baum. Du bist der Herbst. Dann mach ich Herbst. Kläff dich an und hüpf mal darüber. Ah. Aber ich hoffe, dass du mich da noch näher ranbringst, hey. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. Los, mach Baum. Los. Es ist echt, also... Ich bin hin und alle von dem Spiel. Ja. Was ist das? Das kenne ich jetzt aber noch nicht. Ben's mal an. Was ist denn das jetzt? Jetzt bin ich aber gespannt. Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Nein, wieso? Was habe ich nun schon wieder angestellt? Wie erklärst du dir, dass sich ein Hirsch in den Schacht hinein verirrt hat? Und wie hat's ein Lachs geschafft, ganz allein eine Kiefer hinaufzuklettern? Und was macht diese Qualle im Wasser? Hat es was mit der Evolution der Arten zu tun? Wow, die ist klug. Tja, das wird es wohl sein. Mhm. Okay, ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Das ist alles. Aber schlafen wir oder erinnern wir uns zurück? Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? So springt man nicht mit Tieren um. Man zwingt sie nicht zu irgendwelchen Kunststückchen. Mhm. Aber mir war langweilig. In diesem Wald kann man nicht viel mehr tun, als zu warten. Nein, nicht warten sollst du. Du sollst beobachten, zuhören und dazulernen. Ich weiß, ich weiß. Aber das ist so schwierig. Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigungen von dir hören. Ich will einfach nur, dass du die Bedeutung eines Lebens erkennst. Man übernimmt ein Tier nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Wenn es sich in Gefahr befindet oder das Heiligtum missbraucht, zum Beispiel. So wie unser Füchslein. Während ich darauf warte, dass du das begreifst, schrecke ich die Tiere davon ab, sich unserem Wald zu nähern. Ach du je. Ich glaube, ich begreife. Hm. Das war jetzt zwar so gar nicht das, was ich erwartet habe. Also, unser Füchslein hat geschlafen. Und das war, glaube ich, eine Vision. Das war ein Gespräch zwischen dem Bär und der Knospe. Und so langsam komme ich auch dahinter. Die Hüter, die haben die Knospe quasi ausgebildet. Und die hat das ganz Wesentliche noch nicht begriffen. Nämlich, dass man nicht einfach seine Mächte, die man so hat, ausnützt, weil einem langweilig ist. Sondern, dass man bestimmte Dinge bloß dann tut, wenn sie absolut notwendig sind. Und das muss sie noch begreifen. Und das hat sie bis heute nicht begriffen. Deswegen gibt es keine Tiere mehr. Ja, die Hüter haben dem einen Riegel vorgeschoben, damit die nicht den Tier nicht spielt. Deswegen ist dieser Wald auch leer. Jetzt begreife ich das. Okay. Also, es war so ein Stück Rückerinnerung. Ich frage mich nur, dieser Stein, wo jetzt da so quasi dieses Symbol rein ist. Ach Gott. Ja, wieder voll wieder runtergepatscht. Wir gucken uns hier eben ein bisschen um. Frage ich mich. Da geht es wirklich nicht mehr weiter. Ob wir da vielleicht noch mehr so Dinge finden müssen? Solche Erinnerungen? Keine Ahnung. Also ich denke, dass wir jetzt in Zeilichtum... Ach, was mache ich denn? In Zeilichtum einfach zurückkehren? Wo bin ich denn? Mehr? Ja. Wir laufen einfach in Zeilichtum zurück. Komm her. So. Please bring mich weiter. Ach, Schitte. Hm. Ach Mensch, ey. Jetzt habe ich wieder zu... Also, ja. Ihr verzeiht es mir. Weil es ist wirklich so, ich brauche Konzentration dazu, nach wie vor. Und sobald ich dann versuche zu reden, kann es sein, dass ich mit dem Timing auf der Tastatur oder auf dem Controller nicht passt, nicht richtig hinhaut, ist nicht richtig hinhaut. Ich habe keine Ahnung, bin ich hier richtig? Ja, ich glaube, oder? Ich habe schon wieder Winter. Ich weiß auch nicht. Meistens lasse ich den Winters doch gar nicht schön. Es gibt doch viel schönere Jahreszeiten. Also farblich vor allen Dingen auch. Okay, also wir latschen zurück. Laubwerk. Jetzt habe ich hier... Warte mal. Und wie viele Steine habe ich jetzt hier? Oder wie viele Steine? Nicht Steine, sondern Blüten. Habe ich hier jetzt vier? Gipfel habe ich vier. Ja, dann sind das die Aufgaben, die da zu bewältigen sind. Ach, das ist ja gar nicht schlecht. Also ich vermute mal, dass es das ist. Wenn ich da alle vier habe, ist da alles erledigt. So würde ich das jetzt deuten. Das heißt also, wir müssen hier nicht mehr hin und wir können, wenn wir in ein neues Gebiet eintreten, können wir sehen, ob da alles erledigt ist. Ach, ihr seid so hübsch. Gut, also zurück ins Heiligtum. Und dann gucken wir uns mal diese Figur, dieses Symbol an. Was ich da in diese Steinfigur berggebe. Da fehlt mir noch was. Gut. Gut zu wissen, da fehlt mir noch was. Okay. Da fehlt noch was. Na gut, vielleicht wird es sich für uns noch lösen. Hm. Yes, komm. Kommt hier. Nee, tut nix. Hm. Das ist die Schnellreise in die falsche Richtung allerdings. Mit den Bäumen wird doch bestimmt auch noch irgendwas passieren, oder? Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Haha. Ach, Gott. Komm, los geht's. Das ist echt der Hammer. Dieses Spiel ist der absolute Hammer. Ich glaube, ich war noch in keinem Let's Play, das ich jemals aufgenommen habe. So massiv konzentriert und phasenweise wirklich unfähig zu kommentieren. Also es ist bestimmt das Let's Play mit den wenigsten Worten, das ich je gespielt habe. Nee, da falle ich doch runter. Da brauche ich einen Sommer. Genau, wir nehmen den Sommer. Und dann blöffen wir dich an. Jetzt war ich schneller als das Spiel. Das kommt auch eher selten vor. Dann hüpfen wir da rüber. Ach, guck mal, da unten sind auch Blumen, wo wir noch nicht waren. Gut. Jetzt hüpfe ich einfach mal da runter, Leute. Da waren wir wohl noch nicht, oder? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Okay. Gut. Aber jetzt haben wir die Blümchen auch noch gemacht. Das ist schön. Und gehen jetzt einfach zurück ins Heiligtum. So. Und irgendwas ist hier noch zu erledigen. Was auch immer. Ach, nö. Das werden wir auch noch rausfinden, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir jetzt ins Heiligtum zurück müssen. Falls wir da jemals ankommen. Hm. Also ist die Knospe eigentlich gewissermaßen ein verloren gegangenes, unartiges Kind. Das sich so ein bisschen, so ein bisschen in sich selbst verloren hat. Und die hat dann offensichtlich auch nicht nur die Tiere übernommen, sondern die hat auch die Hüter. Die hat echt auch die Hüter quasi platt gemacht. Ich glaube, ich glaube, ich muss da runter. Ich hüpfe da runter, gell. Ja. Ich hüpfe da runter. So. Und jetzt können wir uns gleich mal dann angucken, was das für eine komische Figur, für ein komisches Symbol ist. Wir bellen es dann auch mal an. Ah. Oh. Wo ist es? Da ist es. Was hat es jetzt denn damit auf sich? Das ist mal eine gute Frage. Hm. Tja. Jetzt haben wir geträumt, aber wir haben noch drei Altäre, die wir nicht gefunden haben. Hm. Also ich glaube, da müssen wir einfach noch mal zurück in die anderen Gebiete. Vermute ich zumindest mal halt. Ich will den Winter. Hm. Hm. Oh Gott, jetzt wieder dahin. Das. Oh Mann. Also dieser Traum, das hat uns kein Altar gebracht. Oder habe ich was übersehen? Hm. Gut, wir gehen zum... Also beim Teich gibt es noch eine Menge zu machen. Das ist gut zu wissen. Weil beim Gipfel hat man ja eigentlich vier Sternchen. Gut, okay, wir werden es finden. Wir dacken hier jetzt einfach lang. Und suchen mal was Altarmäßiges. Oh. Was ist denn das jetzt? Das war aber vorher nicht da. Kann ich da rüber hüpfen? Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Nee, natürlich nicht. Schande. Oh. Was ist das jetzt hier? Hallo? Oh, da fliegen diese Dinger. Ja, genau. So, da fliegen sie. Komm. Ah, alles klar. Da hole ich mir... Oh mein Gott. Da wird es einem ja ganz anders. Wo sind die denn? Da, komm. Ich muss dich anbellen. Ich bell einfach mal die ganze Zeit. Das geht so schnell. Hab ich sie? Ja. Ja. Komm her. Da sind diese Artefakte. Oh Gott. Das geht mir echt ein bisschen schnell hier. Wo sind sie denn? Ach, da kann ich mich bewegen. Okay. Komm. Ach, das geht wirklich schweinschnell. Hallo. Hallo. Ach, das kann man nicht ein bisschen langsamer, bitte. Für die etwas Älteren unter uns geht das nicht ein bisschen langsamer? Jetzt habe ich noch einen. Ah, okay. Boah. Also, alle vier. Gut, wunderbar. Dann haben wir dich auch. Und wo um alles in der Welt stehst du? Wo ist denn das? Ah, okay. Ich weiß. Ich glaube, zu wissen, wo das ist. Boah, ey. Ähm. Lass mal gucken. Ja. Sehr schön. Komm her. Ist das schon alles, was wir tun müssen? Ja. Jetzt ist er aktiviert, scheint mir. Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir dann zwei Altäre. Jetzt haben wir zwei Altäre. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was passiert jetzt? Ja, da kommt der zweite Altar. Was ist jetzt mit den anderen beiden? Das ist doch gar nicht gewesen, oder? Gut. Weißt du, was eine Knospe wirklich ist, Fuchs? Nee, sag's mir. Die Zukunft? Die Knospe ist im Leben eines Waldes eine äußerste Seltenheit. Mhm. Es ist eine Art Wunder, für das wir, die Hüter der Jahreszeiten, die Verantwortung tragen. Ist ihre Erziehung abgeschlossen, will es das Schicksal der Knospe, dass sie das Heiligtum verlässt und einen Ort zum Aufblühen findet. Sofern sie dazu bereit ist. Okay. So, wir machen mal alle Jahreszeiten und kläffen es an. Ja, wir sind im Brunnen. Genau, weil da dieses viele Wasser ist. Also sollte, wenn überhaupt. Gut, das nützt auch nichts. Aber das ist auch egal, weil wir ja jetzt die entsprechende Jahreszeit haben. Da waren wir auch noch nicht. Okay. Ja gut, dann gucken wir uns das mal genauer an. Hm, wir gehen in den Herbst. Dann gehen wir in den Winter. Also ich bin immer wieder froh, wenn wir bekannte Elemente treffen. Vielleicht findet man ja noch irgendwo so einen Traum. Bist du ein Traum? Ach du Schande, Schnellreise. Ja, ist gut. Ach, da kommen wir wieder nach oben. Ach, schön. Okay. Ähm. Wo bist du? Bist du da? Schnellreise? Nee, da ist sie nicht. Okay, dann rennen wir mal in die andere Richtung. Irgendwo muss doch jetzt der Schnellreisepunkt sein. Bist du hier auf der Seite? Ja, da ist er. Ah, guck mal, da ist noch mal so ein Ding. Was passiert? Noch eine Schnellreise. Ach du, lass halten. Da können wir nach beiden Seiten. Warte. Gut, wir hüpfen da jetzt mal rein. Und gucken, ob uns das jetzt auf die andere Seite vom Spalt trägt. Nee, tut's nicht. Und da komme ich nicht rüber. Okay, also da komme ich nicht rüber. Heißt das jetzt, dass ich nie wieder... Nie wieder auf diese... Äh, ja quasi in den Unterboden kommen kann. Aber wir versuchen jetzt, wo wir mit der Schnellreise hinkommen. Na her. Ob wir da auf die andere Seite getragen werden. Komm her. Oder ganz woanders hin. Ja. Das sieht gut aus. Hm. Was ist das hier? Nee, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier sein muss. Ich weiß es echt nicht. Wir gucken jetzt einfach mal. Gibt's hier noch irgendwas, was für uns von Relevanz ist? Gute Frage. Keine Ahnung. Eigentlich sollten wir ja... Ich weiß auch nicht. Hm. Schlamm doch. Also hier scheinen wir alles getan zu haben. Würde ich behaupten. Die Frage ist, haben wir alles im Unterboden getan? Äh, ach so, da komm ich... Ah, das ist diese blöde Stelle, mit der kämpfe ich jedes Mal, wenn ich da bin. Weil wir brauchen noch zwei Altare. Und noch irgendwie so Scherben, die wir da bei dem Traum bekommen haben. Och, manne. Also gucken wir jetzt einfach nochmal im Unterboden. Ob wir da noch irgendwas finden. Schlamm noch selber, scheint erledigt. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. So. Ich verliere hier gleich den Glauben. Hahaha. Oh, wir sind schon wieder bei 31 Minuten. Ich glaube, dass wir das lassen. Ja, vielleicht sollte ich noch gucken, wenigstens da rüber zu hüpfen. Damit wir nicht hier mit einem Fail aufhören. Wobei dieses... Ich... Jetzt komm! Jawohl. Geschafft. Sehr schön. So. Ne, wir gehen bis zum Unterboden. Genau. Ich glaube, das muss ich gar nicht hier. Doch, das muss ich. Ähm... Ja, du schaffst es. Chaka, du schaffst es. Oh, wie kommen wir in den Unterboden irgendwo? Sind doch diese Pfützen. Da. Jetzt versuche ich mal in den Unterboden, um zu gucken. Komm, es müsste eigentlich gehen, richtig. Genau. Ob wir da noch was zu erledigen haben? Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.